Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 3. November Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Epheser 1, Vers 3 Himmlische Güter, der werden wohl die meisten Menschen denken, die haben hier in der Welt keinen Kurswert. Das liegt aber nicht an den himmlischen Gütern, sondern an unserer Blindheit. Man hat in Neugenia jetzt Völkerstimme entdeckt, die noch im Stadium der Steinzeit leben. Stellen wir uns einmal vor, einer der Missionare, die dorthin gezogen sind, böte solch einem Steinzeitmenschen eine 1000-Dollar-Note an. Der Steinzeitmensch würde das Geschenk völlig wertlos ansehen. Trotzdem ist die 1000-Dollar-Note wertvoll. So ist es mit den himmlischen Gütern, die wir leicht gering achten, weil wir ihren Wert nicht kennen. Es wäre doch traurig, wenn uns unsere Blindheit um die kostbaren Schätze brächte, die Gott uns anbietet. Er schenke uns einen himmlischen Sinn, dass wir erkennen, wie unendlich reich er uns machen will. Wir sollen diese Güter nur durch Jesus Christus bekommen, sagt unser Text fort. Jesus schenkt sie. Was für Güter sind denn das? Es handelt sich hier um eine große Schatztruhe, in die wir wahllos hineingreifen wollen. Friede mit dem Heiligen Gott, Vergebung aller Sünden, Kindschaft bei Gott, Friede und Ordnung in unserem Herzen, Heiliger Geist, lebendige Hoffnung auf eine persönliche Vollendung und auf die Vollendung des Gottesreichs, Freude, Kraft, Trost, wirkliches Leben. Herr, dir gefallen Leute, die sich von dir beschenken lasse. Mache uns zu solchen Leuten. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich.